So Leute, ich hoffe es euch gut geht. Heute bin ich zum Kiosk gegangen, um ein Energiegetränk zu kaufen. Und was sehe ich vorne? Eine Katze. Die sitzt ganz oben auf dem Aschenbecher. Ich bin mir sicher, dass diese Katze vom Nikotin abhängig ist. Das war's von mir. Bis dann Leute. Tschüss. Musik 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 Musik